Willkommen in Cello. Heute wollen wir uns als eine Funktion das Forum anschauen. Das Forum ist ein Klassiker des Austauschs und nach wie vor immer sinnvoll für online geführte Diskussionen. Wir finden in der Regel in den einzelnen Angeboten das Forum eines Moduls, eines Kurses, eines Angebots in der oberen Navigation, in der auch weitere Funktionen, die wir in weiteren Videos besprechen werden, und gehen einmal in der Rolle als BB Bildung in dieses Forum. Wir sehen hier zwei geöffnete Forenbeiträge sozusagen, in denen die einzelnen Diskussionen stattfinden. Und wir möchten uns heute einmal den ersten Post angucken und sehen hier bereits Hinweise, dass der die Autoren der genannten Beiträge entweiige Antworten, sowie wann der letzte Beitrag erstellt wurde und welcher das war. Wir klicken einmal in das Forum und können jetzt hier einerseits, wenn wir wollten, im Forum suchen über die Suchemaske, die Begriffe in Überschriften und Texten sucht. Und wir können hier den Beitrag lesen und gegebenenfalls auch, um die soziale Interaktion zu erhöhen, diesen als hilfreich bezeichnen und möchten jetzt einmal hierauf antworten. Wir haben die Möglichkeit, einfach so zu antworten, dann erscheint unser Beitrag darunter. Oder wir können auf ein Zitat oder mit einem Zitat antworten, für den Fall, dass wir in einer längeren Diskussion auf einen vorherigen Beitrag antworten wollen und uns beziehen wollen. Dann klicken wir zum Beispiel hier auf mit Zitat. Das probieren wir hier einmal aus. Wir sind aufgefordert, einen Betreff einzugeben und können dann hier unser Posting beginnen. Unten sehen wir dann den jeweils zitierten Beitrag, auf den wir eine Antwort geben und können jetzt hier auf Absenden drücken.